Willkommen bei Kraftz, es wird so schön, dass ihr eingeschaltet habt. Beobachtest du hier meine Sachen hier? Das wird geil. Aber mehr sage ich jetzt nicht dazu. Die Sachen werden wir alles einbauen. Wohin zeige ich euch jetzt? Das ist unser Audi A3, den wir für 500 Euro geholt haben und den wir auf K04 umgebaut haben. Ich bin super zufrieden mit dem. Ja, der eine oder andere sagt, zu wenig PS, 250, 330 Nm. Darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Wo ich den Wagen gefahren habe nach Midyear, das war so ein sonniger Tag. Und damals hat man noch nicht die Abstimmung gehabt. Und ich habe den gefahren und ich habe gesagt, ey krass, der lässt sich super fahren. Der macht keine Geräusche, der hat Druck. Und dann habe ich überlegt, da könnte man was machen. Gedanken habe ich so im Hintergrund gehabt. Und dann habe ich von den Edelroßgarages, von hier sehr schöne Grüße, habe ich eine Lederausstattung bekommen und dann fing das Ganze an. Und dann zu sagen, ja, weißt du was? Lass uns doch einfach ein großes Projekt mit der Community und mit ein paar YouTubern einfach zusammen machen. Und das plane ich seit Wochen schon. Dieses Audi A3, den ich für 500 Euro gekauft habe, nebenbei noch Quadro ist. 24 Stunden Projekt. Lass uns den Eimer komplett ändern. Von A bis Z. Und jetzt, bald ist es soweit. Ich werde noch ein, zwei Leute von der Community mitnehmen. Wer Bock hat, soll sich bei mir melden und dann mit uns dieses Projekt durchziehen. Es kommen so viele Leute. Lass mich nur ein, zwei Namen nennen. Mr. Do It kommt. Ray City kommt. Michelle von No Fucks Given kommt. Turbo Sino. Da kommen noch natürlich ein paar Leute von der Community, wie zum Beispiel Dirk, ein Darag und noch ein paar andere, die ich vergessen habe. Das sind viele, die kommen. Ein paar Leute kann ich nur nicht nennen. Die wird ihr erst im Video sehen. Das wird einfach krank. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben einen deutschen Meister, der nur das Radio einbaut. So nebenbei. Das Ding wird komplett anders. So wie der steht, wird der nicht mehr sein. Mit uns arbeiten so geile Firmen. Ehrlich, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, die uns bei diesem Projekt supporten. Ja, das ist, das wird einfach krank. Und das innerhalb von 24 Stunden, müsst ihr euch vorstellen. Aber dazu kommen wir noch. Warum ich das Video eigentlich heute mache, normalerweise wollte ich dieses Video jetzt noch nicht raushauen. Aber ich musste es. Weil genau da haben wir Probleme. Wir brauchen einen Karosseriebau. oder einer, der lackieren kann und diese Beulen einfach wegspachten kann. Das brauchen wir. Und so schnell wie möglich teilt dieses Video an den Typen, wo ihr denkt, okay, der kann uns helfen. Wir brauchen unbedingt einen, der diese Spachtelarbeit machen kann, Karosseriearbeit machen kann. Es ist, ja, es ist viel. Ja, wir haben nicht viel Zeit. Da ist ja dieser Reiz. Wenn es einfach wäre, wenn wir sagen, ey, wir machen den jetzt in ein, zwei Monaten fertig. Nein, wir wollen dieses Projekt in 24 Stunden einfach mal durchziehen. Dann sind natürlich YouTuber dabei. Ich freue mich einfach. Es ist nicht mehr lang bis dahin. Deswegen tut mir bitte, bitte den Gefallen, wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ey, Junos, ich helfe dir bei diesem Projekt mit, liebend gerne. Meld dich so schnell wie es geht, weil wir brauchen dich so schnell wie es geht. Also ihr habt nur diese paar Pakete gesehen da draußen. Glaubt mir, das ist nur so ein Bruchteil, was wir einbauen. Der kommt noch, das ist Dreifache. Und dann, was wir alles einbauen. Wie wir das einbauen. Das wird geil. Es wird eine sehr große Herausforderung für uns. Für uns allen. Es werden ungefähr 15 Leute dabei sein, die mir dabei helfen. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen. Okay? E-Mail oder Instagram. Ich brauche dich. Ehrlich. So schnell wie möglich. Einen Karosserieborder oder La Quera. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Herr Krafts-System. Bis dann. Tschöckle. 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 Untertitelung des ZDF, 2020